Forst Dumont war am Samstag in Gera angesagt. Ab 17 Uhr standen die Ersten an, obwohl Janine Jung und ihre Freundin ihre Karten schön hatten. Wollten sie ganz ganz vorne stehen. So jetzt frage ich mal hier nach. Die Ersten, ihr wart schon ewig hier. Wo kommt ihr her? Aus Eibenstock. Also in Puchtland. Erzgebirge. Um fünf schon hier. Warum so zeitig? Weil es die beste Coverband von Deppeschmott ist. Da muss die hier als Erster stehen. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß. Dankeschön. Darf ich fragen, wo kommt ihr her? Aus Leipzig. Leipzig? Ja. Extra hierher gekommen heute? Na ja, na klar. Hallöchen, darf ich euch mal fragen, wo kommt ihr denn her? Gera. Ihr seid aus Gera. Und so zeitig heute hier. Wollten wir in der ersten Reihe stehen? Nein, in der zweiten. In der zweiten Reihe. Alles klar. Viel Spaß. Danke. Dass dies eine gute Idee war, sollte sich zeigen, was da im Hofwiesenpark abging. Respekt an Tobias und André. Sicher waren die ersten Reihen von Besuchern unserer Stadt in Besitz genommen. Doch die gute Laune sprang sofort auf die Gerschen über. Selten habe ich so eine Stimmung in Gera vor der Kamera gehabt. Und immer wieder gingen die Wellen durch die Massen. Die Stimmung in Gera vor dem Gera. Alles klar. Das war's. 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 Das war's.